Heute gibt es ziemlich große Kontraste über Deutschland und in der Westhälfte sieht es dabei ziemlich herbstlich aus. Wir haben es nämlich mit Regen zu tun und dazu wird der Wind auch etwas ruppiger unterwegs sein, denn wir haben es mit dem Sturmtief Zarmina zu tun. Das liegt hier aber weit auf dem Atlantik mit seinem Tiefdruckkern vor den britischen Inseln. Aber wir sehen über Mitteleuropa und auch westlich von uns, da frischt der Wind mit einer kräftigen Südwestströmung ordentlich auf. Und das sehen wir auch hier im Detail über Deutschland. Besonders im Norden und auch im Westen gibt es im Flachland teils kräftige Böen. Stürmische Böen beschränken sich aber auf die Mittelgebirgslagen und auch auf die Küstenregionen. Und es gibt schon am Vormittag große Wetterkontraste. In der Westhälfte macht sich das Tiefdruckgebiet bemerkbar mit seinen Ausläufern. Die kommen dann im Tagesverlauf so langsam Richtung Mitte voran. Es ist am Vormittag also besonders im Westen ziemlich nass. Im Osten bleibt es freundlich und die Sonne zeigt sich auch schon häufiger. Denn wir haben es mit einer südlichen Strömung zu tun. Das bedeutet, es wird phönig und nördlich des Erzgebirges und auch nördlich der Alpen wird es dann ziemlich freundlich. Wir haben es aber am Vormittag auch teils noch mit zähem Nebel zu tun, besonders hier im Donauumfeld. Und wenn sich der Nebel dann auflöst, dann bleibt es auch am Nachmittag hier im Osten und Südosten ziemlich freundlich und sonnig. Die Regenwolken kommen nämlich auch am Nachmittag nur etwa bis zur Mitte voran. Und da kann es auch hier Richtung Saarland und Rheinland-Pfalz mal kurzzeitig etwas kräftiger regnen. Beim Sonnenschein gibt es auch große Unterschiede. Mit Föhnunterstützung sind acht oder sogar neun Sonnenstunden möglich. Unter den Regenwolken sieht man die Sonne so gut wie gar nicht. Bei Föhn gibt es bis zu 17 Grad, aber auch sonst meist zweistellige Höchstwerte. Nur im Dauergrau kann es kühler bleiben. Am Abend eine ähnliche Verteilung, im Westen nass, im Osten ist es trocken und auch teils sterbenklar. Am Sonntag steigt das Thermometer dann schon auf bis zu 19 Grad.